Bosnien und Herzegowina ist ein südosteuropäischer Bundesstaat. Das Staatsgebiet liegt östlich des Adriatischen Meeres und befindet sich nahezu komplett im Dinarischen Gebirge. Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Sarajevo. Überblick Der Staat ging aus dem Abkommen von Dayton hervor und ist laut diesem Rechtsnachfolger der Republik Bosnien und Herzegowina, die unmittelbar nach einem Referendum anfangs 1992 gegründet wurde und das einzig international anerkannte von vier Staatsgebilden während des Bürgerkrieges auf dem Territorium Bosnien-Herzegowinas war. Der Vertrag von Dayton beendete den Krieg im Land und schuf einen einheitlichen, jedoch stark dezentralisierten Staat. Heute besteht Bosnien und Herzegowina aus den beiden Entitäten Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika SRPSK. Das Sonderverwaltungsgebiet Britschko wurde nachträglich aus zu beiden Entitäten zugehörigen Anteilen der Vorkriegsgroßgemeinde Britschko geschaffen und fungiert heute als Kondominium beider Entitäten, verwaltet sich jedoch selbstständig. An Bosnien und Herzegowina grenzen insgesamt drei Staaten. Im Osten Serbien, im Südosten Montenegro, sowie im Norden, Westen und Südwesten Kroatien. Des Weiteren hat der Staat bei Neum in einem ca. 20 Kilometer lang Küstenstreifen Zugang zur Adria. Bosnien und Herzegowina ist Mitglied des mitteleuropäischen Freihandelsabkommens der Vereinten Nationen, der Organisation für islamische Zusammenarbeit, des Europarates. Teilnehmer der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und des Kooperationsrates für Südosteuropa. Des Weiteren ist das Land seit 2010 offizieller Beitrittskandidat für eine NATO-Mitgliedschaft und potenzieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Union, Geografie, Bosnien und Herzegowina liegt im westlichen Teil der Balkanhalbinsel und ist in weiten Teilen durch eine bewaldete Mittelgebirgslandschaft geprägt. Wobei die höchsten Bergehöhen von fast 2400 Meter über dem Meeresspiegel erreichen. Ein Teil des Berglandes, insbesondere in den westlichen Landessteilen und der Herzegowina, ist vercastet. Das hier anfallende Oberflächenwasser gelangt nicht in die großen Flusssysteme, sondern versickert größtenteils. Im Süden sowie in der nördlich gelegenen Safe-Niederung gibt es auch flachere Regionen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Ebenfalls im Süden befindet sich die 20 Kilometer lange Adria-Küste bei Neum. Siehe auch, Bosnien und Herzegowina hat eine insgesamt 1538 Kilometer lange Außengrenze zu seinen drei Nachbarstaaten. Davon entfallen 932 Kilometer auf Kroatien, welches das Land in einem Bogen nördlich und westlich umgibt. 357 Kilometer auf Serbien im Osten und 249 Kilometer auf Montenegro im Südosten. Die 20 Kilometer lange Adria-Küste bei Neum grenzt im Osten sowie im Westen an Kroatien und unterbricht auf diese Weise die kroatische Küste. Die kroatische Stadt Dubrovnik ist über das Festland nur mit zweifacher Überschreitung der Grenze zu Bosnien-Herzegowina zu erreichen. Bosnien und Herzegowina ist aufgrund seiner zentralen Lage die einzige ehemalige jugoslawische Teilrepublik, die ausschließlich von anderen ehemaligen Teilrepubliken umgeben ist. Geomorphologie Die höchstgelegenen Gebiete des Landes befinden sich im Südosten an der historischen Grenze zwischen Bosnien und der Herzegowina. Der Gipfel des südlich von Foca an der montenegrinischen Grenze gelegenen Maklic-Massivs ist mit 2386 Metern der höchste Punkt. Der Rest des Landes ist vorwiegend von Mittelgebirgslandschaft geprägt. Bosnien und Herzegowina liegt im Übergangsgebiet zwischen mediterranem und kontinentalem Klima. Die Winter können sehr kalt werden und Temperaturen bis zu minus 20 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Die Sommer sind überwiegend sehr heiß und es kann mit üblichen Temperaturen von 30 Grad Celsius bis zu fast 40 Grad Celsius gerechnet werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Waldbrände ausbreiten. Das Land lässt sich nach den Klimazonen in drei Landschaftszonen einteilen. Die panonische Tiefene an der Nordgrenze hat Bosnien und Herzegowina Anteil an der panonischen Tiefebene, die sich hier im Bereich der Safe-Niederung erstreckt. Die Dinarische Gebirgsregion Die Dinarische Gebirgsregion, auch Bosnische Dinariden, genannt. Er strecken sich von Südosten des Landes quer über die Mittelregion bis hin zum Nordwesten. Geprägt wird diese Landschaft von zahlreichen Bergen, die weniger verkastet, sondern mit Waldoberflächen bedeckt sind. In dieser Landschaftszone befinden sich unter anderem Städte wie Sarajevo, Zeneca und Bihak. Diese Gebiete sind im Sommer meist sehr warm mit bis zu 35 Grad Celsius und im Winter kalt. Wobei die Temperatur auch auf minus 15 Grad Celsius sinken und viel Schnee fallen kann. Die Adriatische Küstenregion Die Herzegowina ist zumeist Teil der Adriatischen Küstenregion. Die von mediterranen Einflüssen geprägte Herzegowina besteht hauptsächlich aus Karst- bzw. verkarsteten Gebirgszügen. In diesem Gebiet gibt es kaum Gewässer. Der Fluss Nelefa, der aus Nordherzegowina durch Muster in Richtung Adriaküste fließt, ist der größte und bekannteste dieser Region. Gewässer Die wichtigsten Flüsse des Landes sind Safe und Drinach, die Bosnien und Herzegowina im Norden und Osten begrenzen, sowie die Bosna. Welche im Landesinneren entspringt und in die Safe mündet. Fast das gesamte Gebiet Bosniens gehört zum Einzugsgebiet der Safe bzw. des Schwarzen Meeres, während die Flüsse der Herzegowina, zum Teil unterirdisch, in die Atria entwässern. Die Täler der größeren Flüsse Bosniens erstrecken sich fast ausschließlich in Nord-Süd-Richtung. Was für die Siedlungs- und Verkehrsgeschichte des Landes von Bedeutung ist. Zu den größeren Flüssen zählen die Una und Sana, der Vrbasu und die Nelefa. Abgesehen von der Safe an der Grenze zu Kroatien ist kein Fluss in Bosnien und Herzegowina schiffbar. Bosnien und Herzegowina liegt im blauen Herz Europas. Bosnien hat wenige bedeutende Seen. Die meisten großen Stillgewässer wurden künstlich angestaut. Große Stauseen gibt es an Drinner, Nelefa, Vrbasu und Trebisendjike. Siehe auch, nur ein knappes Fünftel der Landesfläche ist für den Ackerbau geeignet. Diese Flächen befinden sich vor allem entlang der Safe am Unterlauf der Nelefa und in den Polien der Herzegowina. Natur Die Tier- und Pflanzenwelt von Bosnien und Herzegowina ist artenreich und vielfältig. Die Flora und Fauna des Landes profitiert von der geringen Bevölkerungsdichte und den unbewohnten Landstrichen. Um die 60% der Fläche von Bosnien und Herzegowina ist bewaldet, besonders das Gebirge ist sehr waldreich. Durch die schwere Zugänglichkeit ist die Natur auch wenig bedroht. So konnte der Lebensraum vieler seltener Tiere und Pflanzen erhalten werden. In Bosnien und Herzegowina finden viele bedrohte Pflanzenarten in den Hochgebirgen einen Lebensraum. Im Nationalpark Sutyazka befindet sich der Perusike-Urwald, einer der größten, die noch in Europa erhalten sind. Im Bereich des Dinarischen Gebirges gilt eine Höhe von 500 bis 1000 Metern als Niedrigzone. In diesem Bereich sind Eichen- und Buchenbewaldung typisch. In der Höhe von 1500 Metern kommt eine Buchen-, Fichten-, Tannen- und Kieferbewaldung vor. Ein Baum, der in fast allen Gebirgen des Landes vorkommt, ist die Waldkiefer. Eine Mischung aller dieser Baumarten findet man vor, wenn bewaldete Bereiche schon in niedriger Höhe beginnen und sich nach oben fortsetzen. In diesem Falle spricht man von einem illyrischen Floragebiet. Man kann in allen Bereichen der Hochzone Gebirgsgewächse wie beispielsweise Windröschen, Thymian und Katzenkraut antreffen. Sie sind wie die klassische Alpenflora auf Bergen des Landes zu finden. Eine Besonderheit sind die durch Höhleneinbrüche entstandenen Dolinen. Auf den großen Flächen der Dolinen findet man typische Pflanzen einer kälteren Gebirgslandschaft, während auf den Rändern Mittelmeer typische Pflanzen wachsen. Ein gutes Beispiel für die Flora des Landes ist das Gebirge Bielasnika. Man trifft am Fuße des Berges verschiedene Laubbaumarten wie Eichen, Trauben bzw. Winterreichen, Weißdorn und Schwarzbuchen an. In den höheren Regionen herrscht ein Mischwald mit Buchen und Tannen. Der Walnussbaum ist in Südosteuropa heimisch und in der Niedrigzone weit verbreitet. Die Hochgebirge weisen überwiegend Wachholder auf, welcher außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte ist. Im Frühling kann man eine große Zahl an Blumen finden. Typische Vertreter sind Feilchen, Enziane, Narzissen, Kamille, Bärlauch, duftende Schlüsselblumen, Natternköpfe und Stiefmütterchen. Viele bereits weiträumig ausgestorbene Blumen haben sich in Bosnien und Herzegowina eingebürgert. Wie beispielsweise die Orchideengewächse am Prokoskosee. Manche kalkhaltige Böden bieten ideale Bedingungen für Orchideengewächse wie Z. B. für das rote Waldvöglein oder die Berghüarzinte. Wegen des warmen Klimas wachsen auch Liliengewächse in dieser Region. Zum Beispiel wachsen in Bosnien und Herzegowina einige seltene Vertreter der Gattung Tulipa, wie Z. B. die Tulipa Biflora, die von Kroatien bis Albanien verbreitet ist, oder die Tulipa Orfenadie, welche eine Seltenheit ist und von der unberührten Natur profitiert. Zudem weist das Land eine beachtliche Anzahl an Endemeiten auf. Das Lilium carniolikum VAR. Bosniakum ist im zentralen Bosnien auf kalkhaltigen Böden in Demisch. Lange war ihre Klassifikation unklar, was dazu führte, dass man sie als Unterart bzw. Varietät zu den Pyrenäen Lilien oder als Synonym zu den Lilium chalcedonicum zählte. Erst nach molekulargenetischen Untersuchungen wurden sie schließlich der Kraner Lilie zugeordnet. Eine Pflanze, die auch lange ohne eindeutige Zuordnung war und in Bosnien gedeiht, ist Lilium yankee. Das Vorkommen reicht bis hin zu den Roduppen. Aale kann man Z. B. in Hutowoblato antreffen. Hutowoblato ist ein Naturpark, zu dem viele kleine Seen und Sümpfe gehören. Auch zahlreiche andere Wassertierarten, besonders zahlreiche Krebsarten, kommen vor. Von vielen verschiedenen Schlangenarten, die man in Bosnien und Herzegowina antreffen kann, sind zwei giftig. Zu den giftigen gehört die europäische Hornotter und die Kreuzotter. Die vier Streifen Natta ist eine der ungiftigen Arten. Neben Schlangen leben auch eine große Anzahl anderer Reptilien wie Z. B. Echsen in Bosnien und Herzegowina. Die faszinierende Vogelwelt hat sich in den bosnischen Gebirgen gut erhalten. Der Grünspecht ist in den Laubwäldern und der Schwarzspecht in den Nadelwäldern des Landes heimisch. Gänsegeier sind in einigen Bergen wie Z. B. der Bielasnika beheimatet. Zu den wichtigsten Greifvögeln des Landes gehören die Steinadler sowie die Falkenarten. Der Steinadler ist in Küstennähe und in den vielen vorkommenden Gebirgen beheimatet. Der Turmfalke ist in ganz Bosnien und Herzegowina beheimatet. Der Lännerfalke kommt in einigen wenigen Brotpaare in Herzegowina vor. Auch sind unzählige Insekten und Käfergattungen im Land vertreten. Das größte Tier des Landes ist der vom Aussterben bedrohte Braunbär, von dem rund 2800 Exemplare in Bosnien und Herzegowina leben. Bevölkerung Die Staatsbürger Bosnien und Herzegowinas werden als Bosnier bezeichnet. Damit sind Bosniaken und Kroaten wie auch Serben gemeint, die in Bosnien und Herzegowina beheimatet sind. Dagegen werden mit dem Begriff Bosniaken ausschließlich die bosnischstämmigen Muslime bezeichnet. Die Volkszählung 1991 ergab 44% Muslime, 31,5% Serbisch-Orthodoxe, 17% Katholiken. Der Rest der Bevölkerung gehört einer der 17 offiziell anerkannten Minderheiten an. Das CIA World Factbook schätzte für das Jahr 2048% Bosniaken, 37,1% Serben, 14,3% Kroaten. Minderheiten wie Roma und Juden stellten demnach 0,6% der Gesamtbevölkerung dar. Die Ergebnisse der Volkszählung 2013 liegen noch nicht nach Ethnien aufgeschlüsselt vor. Die Zuordnung der Bosnier zu ihrer ethnischen Herkunft erfolgt hauptsächlich über ihre Religionszugehörigkeit und der teils damit verbundenen kulturellen Unterschiede. Sprachlich gab es bis zu den Jugoslawienkriegen innerhalb Bosniens keine Trennung, da alle Volksgruppen die von ihnen gesprochene Sprache als Serbo-Kroatisch bezeichneten und mit Ijekawischen Akzenten sprachen. Die Einwohner Bosniens und der Herzegowiner sprechen meist Ijekawische Varietäten der stokawischen Dialektgruppe, die sich untereinander kaum unterscheiden. In der geschriebenen Form werden gemäß der offiziellen Aufteilung der Bevölkerung in drei konstituierende Völker, Bosniaken, Kroaten und Serben, die eng miteinander verwandten Standardsprachen Bosnisch, Serbisch und Kroatisch verwendet. Je nach Sichtweise werden diese Sprachen auch zusammenfassend als Serbo-Kroatisch bezeichnet. Die drei Standardsprachen lassen sich insbesondere hinsichtlich ihrer Schrift unterscheiden. So verwenden die Serben in Bosnien und Herzegowiner vorwiegend die kyrillische und in geringerem Maße die lateinische Schrift, während die Bosniaken und Kroaten ausschließlich in lateinischer Schrift schreiben. Im zeitlichen Umfeld des Bosnienkrieges kam die kyrillische Schrift bei bosnischen Serben vermehrt zur Anwendung, was vor allem in der gewünschten Abgrenzung von den anderen beiden Bevölkerungsgruppen begründet liegt. So war die kyrillische Schrift in der Republika SRP-SK zwischenzeitlich konsequenter in Gebrauch als in Serbien selbst. Sprachlich sind die Unterschiede zwischen den drei Varianten sehr gering, Sie beschränken sich auf einen kleinen Teil des Wortschatzes und betreffen gewisse Lautungen. So enthält die bosnische Standardsprache mehr Wörter aus manischer bzw. türkischer Herkunft wie etwa Aksham. Neben den stokawischen Dialekten sind bei den kleineren Volksgruppen b. den Roma eigene Sprachen in Gebrauch. Religionen Hauptartikel In Bosnien und Herzegowina gibt es seit Jahrhunderten ein Nebeneinander verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen. Die meisten Einwohner werden formell einer der zwei großen monotheistischen Religionsgemeinschaften zugerechnet. Muslime, serbisch-orthodoxe Christen sowie mehrheitlich kroatische römisch-katholische Christen. Für viele Einwohner ist diese Zuordnung aber seit der jugoslawischen Zeit der Ausdruck einer kulturellen, historischen oder familiären Verbundenheit als einer tatsächlichen Religiosität. Nach der Volkszählung von 1991 gehörten 7,6% der Gesamtbevölkerung des Landes anderen Religionen an oder waren Atheisten. 2009 waren 45% der Bevölkerung Muslime, 34% serbisch-orthodoxe, 15% katholische, 1% protestantische Christen, 3% gehörten anderen Gruppen an. Im Jahr 2008 lebten rund 1.000 Juden in Bosnien und Herzegowina, etwa 900 Zefadim und 100 Aschgnasim. Die größte Gemeinde ist die von Sarajevo mit ca. 700 Mitgliedern. Schulwesen und Bildung Es besteht Schulpflicht bis zur 9. Schulklasse. Die Absolventen können sich im Anschluss daran für eine dreijährige Berufsausbildung oder für eine 3- bis 4-jährige Sekundarschulausbildung an. Gymnasien, kirchlichen Schulen, Kunstschulen, technischen Schulen oder Lehrerbildungsinstituten entscheiden. Der Zugang zu den Universitäten steht nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung den Absolventen einer Sekundarschule sowie eingeschränkt Absolventen von Berufsschulen offen. Die Zuständigkeit der Kantone und der Republika SRP ska für die Kultur- und Bildungspolitik führt zu einem zersplitterten Bildungssystem mit teilweise ethnozentrisch bestimmten Lehrplänen. In Gebieten mit ethnisch gemischter Bevölkerungsstruktur werden Schüler häufig nach Volksgruppen getrennt unterrichtet. Universitäten gibt es in Sarajevo, Ost-Sarajevo, Banja-Luka, Musta, Tuzla, Zenika und Bihak. Siehe auch. Geschichte Hauptartikel Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei historischen Regionen, die aber keine Beziehung zu der heutigen Einteilung in Entitäten haben. Bosnien und die Herzegowina Der Landesname Bosnien leitet sich vom Fluss Bosna ab, der nahe der Hauptstadt Sarajevo entspringt. Der Name Herzegowina geht auf den Herrschertitel Herzeg ist gleich Herzog zurück. In der antike lange Teil des Römischen Reiches wurde die Region um 600 slawisch besiedelt. Hauptartikel 1463 wurde Bosnien von den Osmanen erobert. Durch die Einwanderung der Osmanen nach Bosnien entstanden viele Moscheen und es kam vermehrt zu Konversionen der christlichen Bevölkerung zum Islam. Was dazu führte, dass Bosnien aufgrund des höheren Anteils an muslimischer Bevölkerung einen Sonderstatus im Osmanischen Reich genoss. Im Jahre 1527 wurde das Eilid Bosnien gegründet, welches das Gebiet des heutigen Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina, Teile Kroatiens, Montenegro's, sowie den Sensschak von Novipaza umfasste, woraus um 1580 letztendlich das Paralig-Bosnien resultierte. Hauptartikel 1878 stellte der Berliner Kongress nach dem Sieg der Russen über die Osmanen die osmanischen Provinzen Bosnien und Herzegowina unter. Österreichisch-ungarische Verwaltung Zusätzlich erhielt Österreich-Ungarn-Garnisonsrecht im Sensschak von Novipaza. Die formale Annexion durch die Habsburger Doppelmonarchie im Jahre 1908 löste die bosnische Annexionskrise aus. Selbstständigkeitsbestrebungen hatten es auch wegen der ethnischen und religiösen Mischung schwer. Das darauf beruhende Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand 1914 in Sarajevo durch den bosnisch-serbischen Studenten. Gavrilo-Prinzip wird als ein wesentlicher Auslöser des Ersten Weltkrieges angesehen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Land Bestandteil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenien. Hauptartikel Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurde Bosnien und Herzegowina Teil des Königreichs Jugoslawien. In dem neu gegründeten südslawischen Vielvölkerstaat herrschte der aus Serbien stammende König Peter I. In dem Gesamtstaat selbst war die Stimmung der Bevölkerung angespannt, weil vor allem Slowenien und Kroatien nach einer eigenen politischen Unabhängigkeit strebten und die Serben den neu gegründeten Staat ausschließlich serbisch prägen wollten. In Bosnien-Herzegowina war die Situation dementsprechend allerdings zwischen den Bosniaken, Kroaten und Serben. Der Staat zeichnete sich durch Zentralismus aus, der autonome Gedanke hinsichtlich nicht-serbischer Ethnien und nicht-christlicher Religion blieb. Weitgehend unterdrückt. Die ethnischen und die konfessionellen bzw. religiösen Spannungen blieben bestehen und verschärften sich zum Teil noch. Im Frühjahr 1941 während des Zweiten Weltkrieges wurde das Land von Truppen des Deutschen Reiches und Italiens besetzt. Man unterteilte den Staat in Einzelrepubliken. Bosnien-Herzegowina wurde mit Kroatien zu einem faschistischen Vasallenstaat namens Unabhängiger Staat. Kroatien erklärt. Der erfolgreiche Widerstand der von Josep Brots Tito geführten jugoslawischen Partisanen gegen die Besatzer und ihre Verbündeten gipfelte in den AVNOJ-Beschlüssen vom 29. November 1943 in Jaitse, in denen der Grundstein für eine neue Föderation südslawischer Völker unter der Führung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens KPJ gelegt wurde. Hauptartikel. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand mit der Gründung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ein Bundesstaat mit den sechs Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Serbien mit den autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina. Die Sozialistische Republik Bosnien und Herzegowina war flächenmäßig die drittgrößte Teilrepublik. Ökonomisch betrachtet lag Bosnien-Herzegowina in Jugoslawien hinter den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien sowie Serbien. Da es hauptsächlich auf den industriellen Sektor und teils auf landwirtschaftlichen Betrieb ausgelegt war, im Kontrast zu Slowenien und Kroatien, die vor allem auf den Tourismus ausgelegt waren. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges in Europa Anfang der 1990er Jahre endete auch die Zeit des Kommunismus in Jugoslawien. Am 29. Februar 1. März 1992 stimmten in Bosnien und Herzegowina bei einem von Serben weitgehend boykottierten Referendum bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent. 99,4 Prozent für eine staatliche Souveränität. So erklärte das Land am 2. März 1992 seinen Austritt aus dem Staatsverband Jugoslawien und war zunächst eine Republik unter dem offiziellen Namen Republik Bosnien und Herzegowina. Die internationale Anerkennung erfolgte am 17. April 1992. Es folgten drei Jahre Krieg zwischen serbischen, kroatischen und bosniakischen Einheiten. Am Ende des Bosnienkrieges stand der 1995 in Dayton paraffierte und in Paris am 14. Dezember unterzeichnete Dayton Vertrag, der aus einer einheitlichen die föderale Republik Bosnien und Herzegowina schuf. Die allerdings noch unter den Folgen des Krieges und den anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen den Volks- und Religionsgruppen leidet. Zwar bestehen keine Konflikte zwischen den bosnischen Normalbürgern, allerdings steckt das Land weiterhin in einer politischen Krise. Da die bosniakischen Politiker den Gesamtstaat nach den EU-Forderungen zentralisieren möchten, die kroatischen Politiker sich für ein neues Wahlrecht einsetzen und die Serben eine weitere Dezentralisierung des Staates fordern oder gar mit der Abspaltung der Republika SRP Skadron. Im Februar 2014 kam es zunächst in Tuzla und später in zahlreichen weiteren Städten des Landes zu teils gewalttätigen Protesten, die sich gegen die schlechte wirtschaftliche Situation und die Korruption in Politik und Verwaltung richteten. Siehe auch Im Februar 2014 kam es zunächst in Tuzla und in Tuzla und in Tuzla und in Tuzla und in Tuzla.